Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier bei Starbound. Der gute Manhattan ist auch wieder mit dabei. Der alte Affe. Und ja, wir müssen zu einem Desertplaneten. Einfach aus dem Grund, weil es da so leckere Desserts gibt. Nein, wir brauchen Sand, damit wir hier bei unserer Quest weiterkommen. Damit die alte endlich ihren blöden Kaffee trinken kann. So, und deswegen schauen wir ganz schnell auf einen Wüstenplaneten. Aber ganz wüßt. So, ich habe uns hingebracht. Wir schwenken gerade ein in den Orbit. Und da sind wir schon. Und diesmal bin ich als erster unten. Ja. Oh, und wie schön desertig der ist. Aha, sehr desertmäßig, ne? So, ich hole mir auch gleich hier ein bisschen Öl ab. Und da unten ist doch Sand, oder? Ja, das müsste Sand sein. Aber ich würde zuerst mal auf dem Planeten rumlaufen und mir ein paar Freunde machen. Na, das war also klar. Oh, ich verfehle, natürlich. Wieder verfehle. Der guckt doch so nett, guck mal. Der lächelt. Und du schiechst ihn einfach ab. Ich bin voller Öl. Nicht nur du. Na. Diese müssen die das hier mit Öl machen. Na, guck, da lächelt schon wieder einer. Ja. Das muss mich nicht anlächen. Lächelt zweierlich. So, da hinten ist auch noch mal einer. Weißt du eigentlich noch, wo oben runterkommen sind? Ja, Sand, siehst du? Ja, ich hatte schon Sand. Da uns, der Vogel, der will dich auch noch kennenlernen. Und Kaktus! Achtung! Ja, wir brauchen ja Sand selbst, ne? Komm besser mit meinem Vorhang, ne? Wie halt die Kakteen sich anhören, wie die... Au! Au! Da fast nichts zum Eilen. Ich habe so viel gefressen von dem Toilettenpapier. Oh! So, es wird hier schon dunkel. Wie wisst ihr, in Wüsche wird es dann auch recht kalt in der Nacht. Oh, ich verliebe fast nicht mehr. Oh! Ich habe es zuerst gesehen. Oh, den nehme ich mit. Mach mich, wenn ich einen Platz habe. Verdammt! Aua! Ja! Komm, du hast die bessere Waffe. Du hast die gerade eingesammelt. Aber egal. Was habe ich eingesammelt? Uuh! Du hast die eingesammelt, wo ich wollte. Die Waffe? Ja, aber... Moment, ich guck mal. Hey, jetzt kommt es nach. So. Der hat uns eh nicht gesehen. Aber der wird wieder böse sein, wetten. So, ich mache... Oh, da unten kann ich natürlich nichts hinbauen. Was ist das hier so? Also... Ja. Oh! Gott. Ernst? Ach, genau. Ich kann halt kaum mehr springen. Vorsicht, Vogel. Oh, ja, ich seh's. Und ich brauche mal wieder ein bisschen Heilung. Also mal ganz kurz. Da auch noch einmal. Und... Das ist wie er halt aufhört. Oh, deine Waffe ist aber echt geil. Du hast die auch. Die habe ich dir mal gegeben. Stimmt. Das Schuss gewinnt. Oh, ich habe irgendwas da drücken getroffen. So, da unten. Nichts Interessantes. Autsch. Oh, oh. Und wie wir halt beide gleichzeitig denken. So, oh. 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 Scheiße. Bist du tot? Nein, ich bin doch lebt. Vorsicht. So. Ja, ist ja alles okay. So, Big Bird oder weiter? Ich komme hier gar nicht mehr raus. Ja, weiß. So, jetzt kommen wir gleich. Oh, oh. Spogelchen. Spogel. Spogel? Spogel? Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Ich will dem nicht unbedingt zu nahe kommen. Ich habe hier nur auch noch ein bisschen was gefunden. Was ist das? Ach, das ist nur wieder Kohle. Aber die kann ich wieder gebrauchen für ein paar... Spogeln! Er kommt zu dir. Unterirdisch. Kommt er echt? Wo ist er jetzt? So. Komm, Kohle, 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 Kohle. Ich muss auch mal wieder ein bisschen Holz machen. Da wird er mich erschlagen mit dem Baum. Ja, der ist ja schon vorher. Okay, ich glaube, der Vogel ist weg. Schauen wir mal ein bisschen weiter, oder? Boah, hier gibt es eine Sandwüste. Äh, Sandsturm. Guck es dir mal an. Oh Gott. Wie geil ist das denn? Ja, bitter, ey. Ich finde es cool. Ah, da oben ist ein Vogel. Ja, aber der macht ja nichts. Der war ja lieb. Der macht auch nichts. Ah, eine Bebe. Autsch. Und eine Kiste sogar. Wow. Ich nehme mich jetzt aber mal raus. Eine Axt, oder? Eine Platenspitzhackel für dich. Guck mal. Echt? Ja. Oh, geil. Moment. Die wird gleich angelegt. Stimmt. Oh, what the fuck. Dann kann ich die goldene langsam echt... Das ist ein besseres Schwert für dich. Guck mal. Hab dir einen Sinn geworben. Äh, ja. Moment, ich guck. 136. Eindeutig. Ist genau gleich stark wie meins. Ja. Hast du es mal aus? Äh, ja. Ich probiere es gerade mal aus. Äh, Moment. Oh, weg. Oh, geil. Das Amerika-Schwert. Oh, who say can you? Ja, eben. Weiter mal kurz. Bevor wir hier weitergehen, will ich mal zuerst mal schnell im Montag hier ein bisschen Leere machen. Oh, ich finde es cool, wie sie das gemacht haben mit dem Sandsturm. Ja. Ist ganz nett. Ja. So, ich gucke auch mal, was ich wegschmeißen kann. Äh, Metal Barrel. Tschüss. Ich hätte vielleicht oben, hätte ich auch noch... Also, Sandstone-Blocks habe ich jetzt wieder ein ganzes Pfund. Und feiner Sand habe ich auch noch. Was brauchen wir für Glas vor allem? Äh, Sand. Hauptsächlich Sand. Ja, feiner Sand oder... Feinsand oder sandig. Das kann sie, glaube ich, mit beiden machen. Aber wir machen jetzt trotzdem noch Erkundungstour fertig. Ja, klar. Ja, äh, und deswegen... Da will ich eiskalb der Vogel angreifen und ich habe ihn eiskalb getötet. Yay! Der wollte gar nichts tun, der wollte kuscheln. Ja, die Giftwaffe hat schon in sich. Oh, aber guck mal, wie uns... Oh, da ein Außenposten. Waffe, weg! Ich habe doch keine Waffe an. Ja, trotzdem. Bist du mit Schicke? Du willst es nicht handeln. Willst du handeln? Nee. Du handeln? Ja! Die will ich hier handeln. Okay, die haben noch Schaus. Die haben noch Schaus. Weed, Pineapple, nichts Besonderes irgendwie. So, jetzt hat uns nur da unten der hier. Oh, du machst Schaden. Ja, aber... Aber du stirbst fast. Ich stirb fast. Ja, ich konnte nicht zurückgehen, weil ich sonst die Bewohner trafen hätte und die jammern dann wieder rum. So, komm, 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 komm. Ich finde, das ging ja auch gemacht mit dem Sandsturm, seit sie das Update gemacht haben. Finde ich auch. Warte mal kurz. Ich will hier kurz das Sand, da. Und wie man halt wieder begraben würden. Siehst du die da drüben? Das ist was für dich da drüben. Was ist da? Oh, ne Kiste wieder. Tomato Pixels. Also Standard. Ja. Bis wir auf dem Level 10, äh... Ne, Level 20, äh... Oh, oh, oh. Gegner? Autsch. Ich spring drüber und ich drifte. Na, nochmal einer. Alter, ernsthaft. Ich dachte, du warst eine Fernkampfwaffe. So, hier noch einmal. Oh Gott, ey, komm, die Stacheln an. Ja, ich sehe es schon. Mach du den Vogel, so lang, so lang mache ich die Stacheln. Das ist wieder so diese typische Falle, die sie eingebaut haben, für alle, die zu schnell drinnen. Ja, oh nee. Da ist wieder der liebe Opa. Es war so klar, dass du ihn wieder umhauen musst. Zweite Kettenzege. Oh! Hahaha. So, oh, da gibt's noch ein bisschen. Vogel! Wieso geht der Vogel auch unter Wasser? So. Hundert, zählst und reißt. Oh, ne Chest. I came? I came? I have a cave? Haha, guck mal, ich hab' kee. Äh, das ist ein... Egal. Ne, ich wollte es gerade looten. Egal, das ist ein... Ich will es gar nicht wissen. Guck mal, was ich habe. Was hast du? Guck mal, was ich am Ohr habe. Ja, ein Schwanz, würde ich sagen. Guck mal, was ist denn das? Ah, echt? Ja. Und was ist denn das? Was ist denn das hier? Kohle, oder? Äh, Kohle. Gerade eigentlich. Es sieht so komisch aus, wenn ein Öl drauf ist. Wir müssen aber den Riesenboss noch finden und kaputt machen. Diesen großen Vogel? Ja, ja. Ich nehme noch ein bisschen Holz mit. Ja, mach das. Holz kann ich auch noch mal drauf machen. Ja, damit wir, damit wir, äh, Dings machen können, wieder fackeln. Mach hier weiter. Bisschen. Okay. Na, ich komme mit. Bist du gerade voller Öl? Was ist da wieder? Ist da wieder so ein Käfer? Das ist ein Käfer. Ah, ein Käfer. Der glitzert sogar. So schön. Ja. Du kannst nichts aufnehmen. Ah, komm, Moment, dann schmaufe ich die Knochen weg. So, ich hab aufgelesen. Ja. Hey, Liss, ich verfolge dich. So. Was sind denn hier die interessanten Sachen? Warte mal, ganz kurz. Das ist wieder ein großer. Na, aua. Ganz großer? Nö. So, wieder ein kleiner. So, wieder ein kleiner. Autsch. So. Ein bisschen Hüpf-Oberung für zwischendurch. Da ist noch ein Schweini. Hilfe. Hilfe. Autsch. Hilfe. Hilfe. Was hast du gefunden? Kaffee. Ha. Kaffee. Oh, Gott. Oh, geil. Ich hab keine Benjez mehr. Brauchst welche, oder? Ja, wäre vielleicht von Vorteil. Ja, dann komm her. Ich bin schon am Laufen. Garabeusback habe ich bekommen. Wie kann ich die Bandagen aufteilen? Rechtsklick drauf. Dann bekommst du die Hälfte davon. Ah, okay. Gut. Q, bitteschön. Ich bin ein Band. Wow. Wow, 60 Stück. Ich hoffe, das wird ja wohl mal wieder ein Beile langer für dich, oder? Ja. So, ach, da noch mal ein großer. Hier ist eine Kiste. Hier ist es vorbeigelaufen. Nee, fängt jetzt schon wieder Sturm an? Ja, und dieses Mal von der anderen Seite. Cool gemacht, ne? Oh, da oben ist auch ein Käfer. Ja, oder? Ja, Saumengeber, wo runterkommt. Ja, habe ich mir geschnappt. Genau, Big Bird. Woher wissen wir eigentlich, wenn wir wieder am... Oh, warte mal kurz, komm mal zurück. Warte, da ist nochmal so ein Käfer. Oh, komm mal kurz, komm mal kurz, komm mal zurück. Ja. Ach, deine... Oh, wie ich den liebe. Boing, boing. Und jetzt bin ich gespannt, wie der sich mit dem Öl verträgt. Oh, und zwar folgt ein Vogel. Du hast keine Ahnung, wo ich bin. Ich sehe auch nichts mehr. Moment, ich muss mal hier eine Fackel aufstellen. Dann mich mal heilen. Ich sehe halt rein gar nichts mehr. Aber ich bin so in so einer Höhle. So, jetzt ist es wieder vorbei. Endlich. Oh Gott. Oh. Ich gehe es ab durch die Mitte, ne? Hm. So, hier auch nochmal einen hin. Achtung, Kleiner, der irgendwie wieder was will. Ah genau, Nacht und Sand stürmen gleichzeitig. Ja, aus. Da nochmal so ein Freund. Wir hätten vielleicht am Eingang hätten wir irgendwas hin basteln sollen. Dass wir erkennen, okay, hier sind wir runtergekommen. Ja, ja, aber so gut. Okay. Ja, warte doch schon. Gott sei Dank wollen sie nur was von dir. Leuchtet alles, ne? Ja. Ich mache hier das Velux-Beleuchtungskonzept. Oh, hier sind Fackeln. Da war eine Fackel. Ja. Ich glaube, hier waren wir schon. Ich glaube, ja. Das sieht danach aus. Da müsste ja gleich der Riesenvogel kommen. Nee, der kam noch weiter hinten. Aber guck mal. Da abgebautes Öl. Es sieht wirklich nach uns aus. Oh ja. Ich kann nicht mehr hüpfen. Ja, weil wegen dem... Ja, der ist ein... Autsch. Wie in dem Öl. Da ist der Riesenvogel. Ich habe ihn. Echt? Ja, er ist direkt über mir. Und der andere verfolgt mich hier auch gerade. Schießt er noch auf dich? Nee. Ich habe gerade was bekommen, aber keine Ahnung was. Ich werde aber schnell schauen, was ich hier willkommen habe. Ah, ich sehe es. Ohohohoho. Das ist eine Waffe. Hä? Das ist eine Waffe. Komm mal. Schieß mal. Cool. Okay. Gifteffekt. Doppel cool. Okay, dann... Nö, nö, brauche ich nicht. Doch, ich habe ja meine Waffe. Ja, aber ich habe doch die gleiche. Nimm ich so halt. Nein, ich glaube. So, dann können wir jetzt glaube ich raus wieder, oder? Ja, ich glaube, wir können eher hoch zum Chef. Ja, möchte ich ja, aber dafür müssen wir ja oben an der Oberfläche sein. So, ich kann beamen, dann beam ich mal hoch. War der Sound bei dir? Nö. Eine Ahnung. Ich habe auf einmal bloß so ein Geräuschkürz. So, hast du noch? Geräusch. Ja, also Steel Spoon. Was brauchen wir jetzt nochmal? Wir brauchen... Einen... Steel Spoon, den können wir an der Metall Workstation machen. Oh, oh. Oh, oh. Den können wir an... Ähm, Tails? Ja? Ich habe... Ich habe... etwas gefunden. Okay, was? Äh... Eine Art wie ein Dungeon, aber auch nicht. Moment, ich komme zu dir. Ja, wohlgemerkt in Öl. Ah, denke ich ganz klasse. Ja, da ist eine Warn-Dude, ne? Ja, ja, das ist wieder so eine... So ein... Toll. Und für so einen Scheiß jagst du mich hier runter? Nein! Moment, ich brauche erstmal wieder ein bisschen Luft. Das war ich, aber okay. Ach, das war es bei dir? Okay, Moment, ich muss mal gucken, wo meine ganzen Blöcke... Das ist Sandstein... Wettdirt. Nehmen wir den mal oben rein. So. Willst du hin? Ich will wieder aufs Schiff. Ich sterbe hier unten, weißt du? Na, okay. Okay, ach, du lässt dich einfach stürben? Okay. Die paar Pixel, wo wir weggehen, das ist nicht mehr groß. Okay. Ich dachte, es sind 30% inzwischen. Ja, 30%. Das ist nicht viel. Ich bin gerade in einer Höhle angekommen. Verdammt, steil runter geht. Ne, ich lasse mich hier sterben jetzt gerade, damit ich wieder... hochkomme. Lol. Ich seh dich sogar. Komm mal runter. Da ist schon wieder ein... Guck mal. Da ist einer mit Bild drin, wo ich hier entlanglaufen bin mit meinem... Ja. Ja. Guck mal runter. Oh, das sind die Uhren. Ja. Oh, ich kann auch mal hier meine... Tolle... Ja, eben. Du hast ja die gute... Und geht schneller. Ja, geht deutlich schneller. Allerdings verliert auch die ziemlich an. Und der verliert halt nichts. Stopp. Ich will doch hier... Zum Glück bist du jetzt nicht runter. Das macht nichts. Das stirbt mir ja nicht. Außer im ist es ja nur Silber, also. Alter. Oh, der drüben ist wieder so ein Ritter. Das ist eine Trüge. Nimm mal die Spitzhacke. Das geht, glaube ich, schneller. Für dich. Okay. Aber die kann mir wiederherstellen. Dafür vergesst du das nicht. Wir haben eine Platin-Spitzhacke. So, wenn sich das nicht gelohnt hat. 200 Pixel. Da läuft. In die Statuen mit. Die kann man gut verkaufen. Hä? An wen? An die NPCs. Echt? Wollen die die... Eine solche Statue gibt 12.500 Pixel. Krass. Ich gehe gerade runter. Und da nicht ins Öl schwimmen. Okay. Ich würde jetzt eigentlich gerne wissen, wie es dann mit der Quest weitergeht. Ja, ja, das will ich nachher auch wissen. Ich will mich nur sterben lassen, sobald, äh, ich mich so weit runtergegraben habe, wie auf jedem Planet. Oh, das ist heißen, ne? Ja. Ja. Du, 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 du. Hast du schon gesehen, dass wir seit 8 Stunden streamen? Ja, da läuft, ne? Okay, ich wollte es nur mal so anmerken, so. Oh, wieso geht denn? Das Gute ist, ja, die Lampen kannst du auch unter Wasser bringen. Na gut. Runter. Drückt einfach Wasser ab. Ich möchte ja nicht, dass du ertrinkst. Wenn ich ertrinkt, dann ertrink ich. Hui. Ich weiß, was da oben ist. Echt? Ja. Da oben noch eine Lampe hin. Oh, der Fuck! Du wolltest wissen, was da oben ist. Äh, lieber nicht. Wie ist das? Ja, das kommt rein. Wie in der Kiste? Bandagen, Blackspeard, Harpages, Iron Oort, Harpixels. Und ich bin gestorben. Okay. Ich komme auch gleich. Moment. Ich baue mich nur noch gerade runter. Also, ich brauche einen Iron Crafting Table. Haben wir ja. Haben wir. Okay. An dem wascheln wir uns eine Metal Workstation. Äh, du wirst es nicht wissen, ne? Du wirst es lieber nicht wissen. Ne, was ist da? Ach du Scheiße! Nicht dein Herz! Oh Gott, helst! Ja, erzähl, erzähl! Ich sehe es doch nicht. Es blitzt ganz leicht und da sind Schatztruhen drin und ganz viele Bosse. Oh, echt ein Dungeon? Ja. Soll ich kommen, oder? Wie du machst, ne? Ähm, ich mache hier auf jeden Fall mal uns das Glas. Extra viel dieses Mal aus dem gesamten Sand, den wir hier haben. So, dann, äh, wofür brauchten wir denn? Ach, für eine Alloy-Fahrenens. Okay, ich gucke mal nochmal. Ähm, so. Ja, ich sterbe schon. Ne, du kannst ruhig nach unten bleiben, das ist klein. Ja, ich würde nur die Kiste da holen. So, ein Campfeuer und ein paar Iron Bars und dann schauen wir mal hier rein. Iron Bars habe ich alles im Inventar, Äh, ne, hier sind Gott sei Dank noch ein paar. Was halt so. So, den Sapling schmeißen wir gleich mal weg und jetzt muss ich nur noch eine, ein Feuerchen machen. Eine Torchmanager. Campfire. Da haben wir Kraften. so, damit kann ich jetzt eine Alloy machen. Geht nicht mehr über alles das gleiche, ne? Wie bitte? Geht nicht mehr über alles das gleiche. Äh, doch, doch, du musst nur den höheren. Also mit einer Alloy können wir dann auch die Sachen herstellen, die wir in der normalen machen können. Das ist was für Tails. Oh, da habe ich was für Tails. Bring's mir einfach mit. Ne, 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 ne AK. Ne was? Ne AK 64, kann man so sagen. Das hört sich gut an. Maschinengewehr. Äh, wie viel Steel Bars brauche ich für den einen? Iron Craft. 20 Steel Bars. Mit, 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 mit Waffen und dann macht's und ich war tot. ich mach 20 Steel Bars und bastel uns am Iron Crafting Table einen, einnehmen. Dann gehen wir mal zu Tails. Auf Shift. Metal Workstation craften. So, ich baue sie gleich wieder auf. Eine Metall Workstation, wo haben wir sie denn jetzt? Äh, irgendwo wird sie sein. Guck mal auf der Liste oben. Ah, ich hab sie, ich hab sie schon gefunden. So. Die mussten wir bauen? Ja, die mussten wir jetzt bauen, weil auf der können wir jetzt nämlich äh, den Spoon basteln. Spoon. Naja. So, Spoo, Steel Spoon und dafür brauche ich eine Steel Bar. Moment. Ach, äh, und die muss ich hier drüben machen. Moment, Steel. Noch Diamanten. Sag, ich mach dir auch gleich einen Spoon. Damit du die... Hast du noch die Diamanten? Ist klar. Ähm. So, ich hab dir den Spoon gemacht. Ähm, Diamanten. Ich leg sie mal hier rein. In unsere Kiste, wenn ich noch welche hab. Ich hab hier nur ein ganzes Punkt Bugs. Ich hab das hier, das hier. Äh, was haben wir noch? Da haben wir noch Silber. Sechs Diamanten. Genügend Kohle. eine Platin-Spitzacke, aber die hält nicht lange, ne? Okay, ich schick dir übrigens hier gleich mal den Spoon rüber. Hier, nimm. Erhalten. Hast du ihn bekommen? Okay, weil dann können wir nämlich gleich mal rüber zum Außenposten gehen. Da hab ich... Kein Platz im Elemental, sagte ich doch vorhin schon. Ach so, Entschuldigung. Muss ich selber schnell schauen, was ich hier habe, was ich nicht brauche. So, jetzt hab ich den einen Steelspoon bekommen. Metal Crate, was brauchen wir sonst noch? Boah, ich rotiere zuerst mal mein Momentan ein bisschen aus, weil ich hab hier überhaupt kein Platz mehr. Cargo Crate, der Sapling schmeißen wir weg. Kaktus können wir auch wegschmeißen. Der kommt noch rüber, die Truhe. ein Beduinenanzug. Und hier so ein Lightwall von so einem Außenposten. Den könnte ich eigentlich mal irgendwo aufhängen, hier im Schiff. Guck mal, hier doch. Da, dann ist ein bisschen hier schönes Licht. So, wo habe ich jetzt den Spoon? Also, meinen Spoon oder muss ich noch mal einer stellen? Ich mach mir einfach noch mal einen. Du hast mir doch einen Spoon gegeben. Ja, aber ich hab keinen mehr für meine Quest. was ich dir geben wollte, ist das hier. Guck mal. Boah, die sieht ja auch geil aus. Ja, guckst du dir mal an. Wo hast du das Öl reingetan, bitte? Äh, noch gar nirgendwo. Dann mach ich's da in die Holzkiste rein. In welche? In die fünfte, oder? Äh, ja, in die fünfte. Okay, dann. Öl und am besten Flüssigkeiten, oder? Oder Flüssigkeiten hauptsächlich, Wasser, Lava. Das ist eine gute Idee. Hier, äh, so, jetzt hab ich hier noch ein Campfire. Und in die nächste können wir ja dann, äh, Wohnungssachen reinmachen, oder? Also, wie hier diese Outpost-Plattform. Iron Bars hab ich hier noch ein paar. Die können wir. Ja, da hab ich auch noch ein paar. Ähm, wo haben wir... Koffe-Seeds, da hat's noch Öl drin. Nimm das Öl mal bitte raus, da. Wo? Bei den, äh, wie heißt es, bei den Stil. Ah, okay. Ja, mach ich. Und da ist auch noch Lava drin. Wie kommen die da rein? Die haben wir wahrscheinlich erst zugeordnet. Ja. Ach ja, was ich nicht zeigen wollte, äh, sind die hier. Warte. Äh? Äh, guck mal. Ach, die, die kenn ich. Da gab's doch diese eine Level, wo man so ganz besonders durchspringen musste. Ja, da war ich gerade eben auch und das war so hässlich. Naja, Okay, ich geh zum Walmart Außenposten. Was gehst du schon dorthin? Hey, ich wüsste wissen, wie es da weitergeht. Hier hüpft jemand, ach, oh, da oben ist jemand mit einer Quest. Habt ihr was gemacht? Wieso hüpft der Affe hier rum, wie nochmal was? Äh, Set-Steel-Armor. To get the coordinates. Okay. Und wo ist der eine, wo man den Löffel abgeben? Ach hier, jetzt kann ich den Löffel abgeben. Löffel abgeben. Und dafür kriegen wir zwei neue Quests hier. Nein, ich will nicht hier. Äh, Funny Pages. Ja, da oben hat schon eine oben, da oben hat einen Affen-Quest. Ja, den hab ich schon mir geholt. Ach, da unten ist nochmal einer mit einer Quest. Oh, jetzt kriegen wir richtig hier Quest. Ein Script muss ich hier haben. Ja, alles möglich. bring mir ein Cake. Dafür bekommen wir eine Waffe. Und der Affe gibt, keine Ahnung, weil er wieder runter springt, der Affe. Ähm, Steel, ähm, Set-Steel-Armor. Irgendwas. Ein Hit-Steel-Armor. Was ich dir, was ich dir geben wollte, ist dir. Was? Und du kannst dir nichts bauen. Oh! Nichts bauen, aber dir was geben. da streckt es sich wieder hin und her. bitte du, ich werde langsam echt müde. Ich glaube, Starbound sind wir wirklich dann langsam auch. Wann kommen die anderen dreiviertel Stunde? Ja, eben. Die dreiviertel Stunde machen wir noch durch und dann haben wir es auch hinter uns. Oh, da oben gibt es auch noch mal ein Contribute für die Seite. Also wir sollen den Diamanten geben. Ein Diamanten. Ja, wogemerkt. Oha. Oha. Ich habe nur drei Diamanten. Echt? Ne, wir hatten noch mehr. Ich habe doch sechs in die Kiste reingelegt. Moment, ich hole mal einen. Soll ich dir auch einen holen? Hol mal zwei. Okay, wo sind sie denn? Stimmt, wir haben nur drei. Ich hatte zwei momentan, zwei habe ich rausgenommen. Insgesamt haben wir, ja. Okay, ich habe mal die finden wir sowieso wieder schnell, ne? Ja, also wenn wir in anderen, genau. so, ich habe zwei mitgebracht. Musst du dann mit Rechtsklick teilen mit mir. Wie, mit Rechtsklick? Rechtsklick auf den Diamanten. Ja, das weiß ich, okay. Dann mit Kuh rauswerfen. Achtung, hier kommt einer geflogen. Ach, da ist er schon. Okay, wir haben etwas bekommen. So, welche Quest machen wir noch? Clip Hardcore haben wir bekommen. Wenn Diamanten. Das ist böse. Cool jacket, bring me a cape, give you a cool sword. Hm? Oh, hier unten ist noch mal eine, wo eine Quest hat. Eine pinke Dame, die gibt uns einen Hut. Äh, die habe ich schon. Eine coole Jacke. Ja, es wird aber immer cooler hier. diesen Außenposten haben sie echt cool gemacht. ich habe hier eine Quest abgeschlossen. Welche? Ähm, der Funny Passage. Funny Passage? Ja. Habe ich nicht. Ach, Funny Pages. Ja. Und mein Skript hat verloren. Was für ein Skript? Ein Skript? Ich habe keine Ahnung. Ja, du hast schon entscheidend irgendein Skript? Mach mal, das muss ich gucken. Ähm, The Funny Pages. What? So, äh, 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 it requires to find inside garbage can inside the outside. Also, irgendwo muss ein Garbage can sein. Ach, hier drüben? Ach, ich habe Sekunden. die sind hier drüben im Mülleimer. Ach so. Ja, praktisch, ne? Ja. Oh, so ein Outpost-Locker würde ich ja auch gerne nehmen. Hast du gesehen, wie viele Plätze der hat? Dieser Locker, Locker, ne? Dieser Schrank, das ist ja mal schön. So, der hat ja genau gleich viele Plätze wie das ME-System. äh, Breathe in Space. Okay. If you can make yourself a set of steel armor. Also, wir sollen uns, ja, wir sollen uns ein set of steel armor. Wir haben ja jetzt Stahl und wir können auch Stahl herstellen. Ja. Ähm, okay, mich wird es immer noch... Was war die Hauptquest noch mal? Äh, Free as a Bird, oder? Äh, ja, genau. Warte, ich gucke mal, wie wir da hinkommen und wie weit wir free as a Bird. Wie wir da am schnellsten hinkommen. Dafür brauchen wir die... Moment mal ganz kurz. Äh, der eine braucht ja einen Kee, also, einen Kuchen, ne? Ähm, ich würde mal mich ganz kurz ein Tuschel. Es kann sein, dass ich ein paar Keks habe. Okay, also, wir müssen, ähm, Complete Urgeus Mining Facility. Und wo gibt sie? Äh, äh, after a breeze protection. Help, I need somebody in the outpost. Äh, help, I need somebody die... das müsste eigentlich... Ach, äh, wir sind zwei Quests, wir müssen jetzt im Prinzip diese Steel Armor für uns machen. und dann die nächste Quests müsste es eigentlich sein oder die übernächste. Okay, gut, dann gehen wir auf einen neuen Planeten am besten, ne? Und suchen uns... Ne, wir haben doch Steel noch auf dem Schiff. Echt? Ja, wir haben noch genügend. Also, ich weiß nicht, ob genügend, aber wir schauen einfach mal hoch. Ich mach mal ein bisschen Steel, so viel ich kann. Äh, ne, ich brauch Öl. Ähm... Das war im Fünfer. Aber das... Wo ist das? Ah, hier. Ich mach einfach so viel... Warte mal kurz. Scheiße, wir haben nur... 10... 10... Okay, ja, ich mach so viel ich kann. Also, ich hab jetzt 64. 20 Stück. Und dann geb ich mir dir mal die Hälfte von dem Stahl, wo ich hab. Echt? Hast du schon so viel? Ja, ich hab 64 hab ich gebastelt jetzt. Oh, cool. Äh, ich muss nur gucken, wo ich die Stahlbarren hab. Ähm... Stahlbarren... Steel... Ne, das ist Blackstone. Ach, da oben sind sie drin. Okay, Hälfte und Q. Bitteschön. Ja, Tatsache. Und dann müssen wir in den... Ja, ne? Ja, genau. Und da gehen wir auf Armor. So. Einmal Craft. Einmal Craft. Und zwar... Einmal Craft. Äh, das sind die Scavengers, oder? Ähm... Replets. Replets sind das. Hä? Ähm... Wie heißt es? Rebell Hot... Hut, das musst du einmal machen. Rebell, äh, Schuhe und eine Rebell Brustplatte. Ich kann die gar nicht. Ich kann... die kannst du. Hier drüben, hier, das Ding hier. Ja. Und, ähm, unter dem Steelbone sind Rebell, äh, brauchst du Steelbars dafür. Moment, R-E-B. R-E-B. Ach, die heißen bei dir wahrscheinlich anders. Bei mir heißen die Scavengers. Auch aus Stahl. Ja, gut, das ist, äh, das sind... Rassenabhängig, oder? Rassenabhängig, genau. Weil sie sehen ja auch anders aus, ne, wahrscheinlich. Weil ich sehe jetzt aus wie... Guck mal. Ne, Moment, ich muss das erst mal anlegen. Sie sehen aus wie von Phantom of the Opera. 15. Äh, okay, das war die Füße. Was ist das Zweite? Ich brauche keine Hütte hier. Wieso liegt die bei mir? Dann habe ich hier Scavengers Hut. Einmal auch kein Tau-Ball. Wieso habe ich einen Tau-Ball bei mir drin? Und dann nochmal die Brustplatte. So. Und du das ausziehst, dann siehst du aus wie... Ich weiß nicht, ob ihr... Moment. Wie aus... Ne, ich sehe so aus. Nochmal ausziehen, mehr ausziehen. Also, du hast noch ein weißes Hemd drin. Ja, Moment. Sieh alles mal aus. Was ist das? Oh, Du siehst auch einer aus wie vom Militär. Ja. Aber ich werde mich anders kleiden. Ich werde mich hier... Also, das werde ich nicht rein machen. Ähm, ihn werde ich rein machen. Und, ähm, die Schuhe hier. Ich hoffe jetzt hat alle... Jawohl, da oben. Hm? Der hat ein Fragezeichen. Oh, Mission obtained. Details on your ships computer. Wir haben eine Aufgabe bekommen. Wo? Für die Rettungsaktion, damit wir in andere Länder zerreisen können. Genau, wir sollen... Mission complete. Genau, und wir sollen jetzt zu der Mining Facility gehen. Und wo ist die? Äh, komm auf mein Schiff. Dann fliegen wir hin. Ich will ganz kurz was schnell machen hier. Okay, ich verräume so lange mal alles, was ich hier irgendwie hab. Also, die Stahlbarren, die restlichen, tu ich wieder rein. Sachen, was wir vorhin hatten, die können wir eigentlich wegwerfen, weil die sind halt einfach nichts mehr zu gebrauchen. Ja, mach ich auch gerade. Schade, dass man die nicht irgendwie recyceln kann. Noch nicht. schade. So, ähm, da hab ich noch ein paar Steaks. Die geb ich mal dem Koch. Hi. So, dann fliege ich zu dem... aus, ne? Warte mal kurz. Äh, ich will mal kurz gucken, was es hier hat. Ähm. So, und wie kriege ich jetzt? Ach, use mining facility. Äh, might be just what you need to fix my FLT. Äh, have been copied to sales mission. Step, ein... Ah! Okay, Mission, äh, sales mission, tap, ne, das ist es nicht. No pre, oder? Ist das? Ne, wo soll das sein? Weiß es leider nicht. Ja, ich guck grad hier. Bookmarks. Ich guck mal. Äh, erst mal, your ship. So, hier reingucken. Ne, da ist es nicht. Warte, ich guck einmal noch mal rüber. Ne, das bringt auch nichts. Mein ship. Hm. Das haben sie echt wieder so Also, ich geh mal in die nächste Quest. Ähm, hast du vielleicht äh, noch Stealbars? Äh, es sind in der ersten Küche drin. Oder? Weil ich will hier gleich mal schnell was machen. Oh, und da kommt ein Boss anscheinend. Ein Boss. Really? Ja. Also müssen geben, äh... Komm mal schon hier hin. Ich will dir mal schnell was zeigen. Buch. Nein, ich will nicht folgen. Äh, äh, mission can be travel, travel by selected it, mission tab in the ship's computer. Okay, dann gucken wir da mal. Ich hab hier was gemacht. Was für dein Schiff ganz okay. Ah, ich muss so hinfliegen. Oh, ich biebe mich direkt runter. Entschuldigung. Wenn ich hier irgendwo Platz finde, aber... Oh, das ist cool. Scheiße, ich hab hier kaum Luft. So kaum Luft? Ich krieg keine Luft hier. Scheiße, ich sterb wahrscheinlich gleich. Ja, ich bin tot. Really? Na, Moment. Ich verlieg grad Leben ohne Ende. So, und da ist es Ende. Bis jetzt wieder auf deinem Schiff? Ne, noch nicht. Ich kann nicht zurück porten. Ich heil mich grad mit, äh, Verbänden hier hoch wieder. Oft? Ja, weil ich auf so einem komischen Planeten gedöhnt bin. Scheiße, und ich kann hier auch nicht, wir müssen irgendwie da reinkommen. Was, hier kann ich... komm rein, komm rein. Nichts? Oh, und ich bin tot. Aber, okay, das war, das war die Lösung. Ähm, warum haben wir keine Luft? Wir haben doch grad hier, in dem Außenposten haben wir doch diesen Hinweis mit der Luft bekommen. Äh, Moment, gucken wir nochmal. Wir hatten diese eine Quest. Ach, Breast Protection. Die sollten wir vielleicht anlegen. Wir haben eine Breast Protection bekommen. Wo? Äh, beiden, eigentlich, keine Ahnung, mal im Schiffscomputer nachgucken. Da gibt es auch diese, diese Special Features. Show my tech, genau, body, dash, sweet, genau, hier haben wir sie. Ich hab nichts. Doch, du gehst an den Schiffscomputer. In meinen, oder was? Du gehst an den Schiffscomputer, ja genau, an deinen. Äh, und wo hab ich sie? Und zwar klickst du dann auf, äh, äh, ähm, select tech. Also, bisschen, show me my tech, auf der linken Seite. Äh? Guck in den Stream rein. Da ist es drin. Ähm, ja, schön. Äh, kann nix machen. In den Stream reinschauen. War jetzt schon, dass, äh, dass mir das jetzt gleich, äh, übelst anfangen zu lecken, ne? Okay, nee, dann, ähm, ich guck, ich guck jetzt, äh, sonst, äh, Okay, wenn du im SIL drin bist, der Schiffscomputer. Schiffscomputer? Wohlgemerzt, Schiffscomputer. Ja, das ist, äh, hier, der, der zweite Kasten, da wo du auch dein, äh, der wo, Mission. Nein, nicht Mission, sondern Show me my tech, auf der linken Seite. Da ist der 3D-Printer und Show me my tech. Show me my tech und da ist ein Body. Oh, Sweet ist ein, Unlock, ah, jetzt, genau. Selected tech. Den hab ich jetzt. Genau, und jetzt können wir wieder auf den Planeten rüber gehen. Sicher? Äh, ja, wir probieren es einfach. Wunderbar. So, let's talk, Mission, und dann deploy ich, ich probier es mal aus. So, No risk, no fun und es geht locker. Press F für Watt. Oh, ich hab ne, ne Blase. Wenn ich keine Luft mehr habe. Was sagst du? Das ist, wie soll ich sagen? Du hast jetzt, ja, hi, so, du hast, du hast, deine Luft verbraucht, ne? Ja. Wenn du das machst, ja, das ist ein Schild, ja, dann geht das auch nicht. Ähm, brauchst du Luft nicht? Nö, ich brauch gar keine. Ja, ich siehs gleich, was bei mir passiert. Ja. Hast du deinen Tech drin? Ach, du hast eine andere Fähigkeit, du brauchst so eine Blase oder was? Hast du die Tech aktiviert bei dir, oder? Willst du mich verarschen? Nee, bei mir ging das. Ja, schön, bei dir das ging. Bei mir ging das nicht. Moment, ich komm zurück aufs Schiff mal. Äh, Energy Task, Legs oder Suit? Äh, Suit war das drin. Dann sag doch, dass das im Suit drin ist und nicht im Head. Weil im Head hab ich, äh, jetzt, äh... Ja, nee, da ist Bouncy, beim Body ist Energy Dash, bei Legs ist Pulse Jump und bei Suite ist Pulse Protection. Ich dachte, du hast das gemacht. Nee, hee, hee, ach, einmal mit Profis. Aber, ey, gut, ich hab's jetzt. Ich komm jetzt zu dir. Okay, dann geh ich wieder auf den Planeten. Einmal mit Profis. Sag ich ja. Hey, ich brauch Profis, wir müssen gleich einen Endbus besiegen. Was, haben wir die Waffen dazu? Ich glaub nicht. Aber hey, guck mal, was ich habe. Na, er hat Double Jump. So, hier sind die Toiletten. Ich seh halt rein gar nichts. Warte, ich leg mal meine, äh, Taschenlampe an. So, da können, da kommen wir runter, oder? Hier rum. Autsch. Aber die Musik ist auch geil. Ist nicht auch. Offla. Moment, ich muss mal, ich muss mal die Musik ein ganz kleines bisschen Laser machen, wahrscheinlich. So, geht hier nicht auf. Nee. Aber hier können wir ein bisschen Wasser spinnen. Offla. Da gibt es auch nur ein Rope. Und da ist auch nichts drin. Schade, dass wir den auch wieder nicht abholen können. War das zu dunkel? Ja. Ist ja auch eine Mining Facility. Oh, hast du angemacht? Ja, ich habe diesen Ding angemacht. Den Computer? Ja, dann lass sie ihn doch an. Okay, dann schalten wir einfach alle Computer ein. Wie werden die Idee? Ja, vielleicht eine Idee. In der Hoffnung, dass wir damit ... die Toiletten können wir nicht nutzen. die Toiletten können wir hier leider nicht nutzen. Coole Idee aber. So, und dann hier wieder nach unten, oder? Und da steht was Großes von Offline. Wahrscheinlich müssen wir das auch dann wieder einschalten. Und vielleicht geht ja jetzt die Tür da hinten, ne, ne, die geht noch nicht auf. Ah, wir müssen doch die Lüftungsschächte durch hier. Warte, ganz kurz. Gut, okay. Ich bin da bei der verschlossenen Tür unten. Ja, ne, ich habe jetzt, habe jetzt mal geguckt, ob das hier rausgeht. Ne, das geht hier nicht raus. Ja, hier geht es weiter. Komm. Das ist wie ein Tetzel. Ne, 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 ich komme jetzt zuerst mal zum, übrigens, diese Tests, wo wir finden unterwegs, also, die Tests, wo wir bekommen, die können wir verwenden, um, ähm, unsere Tests aufzureißen. Das sind Gegner. Genau hier. Da hinten. Ich habe gerade eingeschalten und jetzt kommen hier so Monster. Nimm lieber deine Waffe. Ja, ich habe meine Waffe drin. Ah, da hinten ist nochmal einer. Okay, aber jetzt ist hier zumindest mal offen. Ja, den habe ich gerade angemacht. Schalten bitte wieder ein. Jetzt steht online. Ah, okay. Gut. Online, online brauchen wir. Ja, genau, jetzt ist hier drüben auch offen und wir kommen weiter nach unten. Oh Gott. Da unten sind schon Gegner wieder. Ja, ich sehe es. Ah, warte kurz. Da ist auch wieder was zum Einschalten. Wieso gehen die eigentlich alle auf mich los? Weil du die Aero gezogen hast. So, ist der jetzt an oder aus? Wir sind so ja drüben. ganz kurz. Ist da was drin? Ne, da ist nichts drin. Ne, wir können hier gar nichts mitnehmen. warte mal ganz gut. Warte mal ganz gut. Guck, dass ich sie absnipe. Mhm. Oh Gott. Oh, da sind die, da sind die. Warte mal ganz gut. Warte, 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 Wir gehen zuerst mal rechts, bevor wir überhaupt hier links gehen, weil, ich glaube, hier links kommt ein größeres Weg. Das hier, wir gehen gerade links. Äh, da, da wollte ich nicht. Jetzt gehen wir, ja, das ist links. Da rät gar nichts, ne? Ne, da kommen wir nicht durch. Gut, okay. Wir können auch nichts versetzen, ne? Anfackeln. das ist, das ist ein gesperrter Bereich. Oh shit. So wie der Außenposten. Mach das kurz. Ne. Oh, oh. Oh, Treffen. Alle? Ja, ich warte auf dich. Ich mach sie nur fertig, wenn sie zu nahe kommen. Guck mal hier oben, was los ist. So, ich muss kurz schnell halten. Aber klappt ein gutes Team. Ja, klappt nicht schlecht bisher. So, warte, könnt kurz, ich will mal schnell was schauen. Ich hab hier noch eine andere Waffe. Da hinten läuft einer. Also ganz kurz, ich muss... Da läuft ein Mensch. Siehst du das? Der ist nicht gerade. Der scheint auch ein Gegner zum Sein. Mach mal runter. Ich soll runter machen? Ah ne, der kürze uns. Hallo. Oder? Oder? der gehört sonst. Ja, der wird sich gleich verwandeln, würde ich. Der verwandelt sich gleich. Da werde ich jetzt schon... wieso hauen die noch... Oha! Kannst nicht warten, ne? Ja, nein, ich bin viel zu weit runtergefallen. Ich muss mich heilen. Oh, der hat ein Wunder. Oh, scheiße. Ich muss mich heilen. Ja, kein Wunder. Ja, ich probier, hab probiert vorsichtig runter zum Springen und bin natürlich einmal komplett runtergefallen. Ganz links. Ah, da ist wieder ein Schalter. Warte, 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 ganz gut. Okay. Hm, da sind sie wieder. Aber ich find's cool, wie sie uns unterstützen auch. Also langsam wird das Ganze hier echt ein gutes Spiel. Bock in die Slots rein, weil da ist meist ein Pixel drin oder sonstiges. Ja, ein Rope, hab da jetzt nichts. Ich mach heute die Strahle immer an. Hier ist noch was, ein Schalter. Einfach noch runter. Oh, hier ist was. Was heißt du denn? Lunar Base Crate Blueprint. Lernen wir doch gern. Gut, okay. Warte, komm mal, rechts, ich will mal rechts hier unten noch schnell schauen, was da hinten drauf ist. Okay, hier geht's zur Not auch runter. Hier, meinte ich, weißt du? Wo? Hier geht's auch runter. Hier drum. Okay. Deswegen will ich ja mal schauen, was hier unten ist. Ah, ah, ich kann nicht freuen, dass uns die Gegner überraschen, weißt du? Na, klar. Oh. da ist eine Waffe wiederum gut, ne? Ja. Aber wir haben ja hier Trennung. Ich bin der Nahkämpfer und du bist der Melee. Äh, du bist der Fangenkämpfer. Du bist der Melee, was ist denn das hier? Heißkalt vorbei. Naja. Wie sie halt beide... Das dachte ich mir, dass da unten ist ein Terminal. Naja, hier auch nochmal einer, aber da wären wir eh durchgekommen. So, nach unten, Warte, 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 warte. rosa Elefanten. Ich glaube, wahrscheinlich was zu essen. Koranimo. Da ist wieder ein Terminal. Oh. Oh, ein Blueprint. In einem Stoß, oder? Ja, ja. die Silversplitze kennen nämlich. Okay. Was ist oben? Nix. So, warte, ich lock sie an. Äh, die Waffe, brauche ich? Guru. Ach, nicht oben? Ich lenk sie an. Ja, ich dachte, du bleibst oben. jetzt geht, jetzt geht, jetzt geht, jetzt geht, jetzt bleibt er oben. Warte kurz, hier fehlt die Energie. Ja, ich lock sie gerade an. Da ist wieder ein Strahler, den mache ich mal noch an. Oh, nein. Wunderbar. Da müssen wir wahrscheinlich drüber jumpen. Ja. Das hast du sehr schlau erkannt. Dafür muss ich dich einfach loben. Ist nix. Und, ist was drin? Ja, ein Lunarbehälter. Oh, sehr schön. Dann komm wieder rüber. Aber, weißt du, was witzig ist? Ich habe vorhin in einem von den Boxen die große Truhe gefunden. Ah, hier ist also die eine Stelle. Mit 48 Plätzen. Komm sie hin, die verdammten Art. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Moment. So. Aha. Aha. So komm. Aha. Autsch. So, ich brauche mal schnell. Ja, Gott sei Dank droppen die das, oder? So, hier noch einmal durch. Komm. Ich brauche noch ein zweihandes Spiel. Das ist wirklich krass. Aber die YouTube-Projekten werden, glaube ich, echt lang. Auch? Ja, hier geht es auch, aber nicht weiter. Da kommen wir nicht durch, das heißt, wir müssen weiter nach oben. Hallo. Hallo. Autsch. So. Machen wir da nicht schon? Ach nee, ach, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Nee, das ist die andere Seite. So, nur nicht rosa werden. Alter, bleib stehen. Ich weiß jetzt nicht, was der vorhat. Wir haben keine Ahnung. Tschau. Tschau. Was geweiht, was geweiht, was geweiht dahinter? Ach, Indiana Jones wieder. Und lassen wir die einfach. so, eine Kupfer-Axt und oben 30 Pixel. Nix. Oh, ich war auch ein Böses. Ich bin first auch. und das ist auch wieder so ein Geheimgang. Warte mal kurz. Oh, da gibt's was. Das könnte sogar so gut aussehen für dich. Ja, eine Space Rechest. Moment, die lege ich mir gleich mal an. Ich hab die Leuchtwest an. Guck mal, ich hab ne Leuchtwest. Oh, guck mal, wie geil ich jetzt alles sehe hier. Chuck Ranger. So. Ich will gar nicht hier rein, hier zuvor. Ja, aber nur mit Schwert. Und vielleicht noch einmal heilen. Oh Scheiße, das sieht wirklich aus wie so eine Art Dungeon, oder? Oh. Ich leg mal wieder mein... Oh. Warte, ich helfe dir. Ja, wunderbar. Guck, dass du nicht stirbst. Ich probiere ihn gerade umzuhauen. Ja, und ich bin gestorben. Aber er hatte nur noch ein einziges Leben. Müssen wir jetzt da nochmal runter? Komplett nochmal. Aber ich glaube, wir können ein bisschen abkürzen, weil wir haben ja so ein paar Öffnungen reingemacht. Ja, schon mal. haben wir noch Lianen oder sowas. Ich glaube nicht, ich habe noch 35. Ja, ich habe noch 37 Verbände. Ja, das reicht vollkommen. Denkst du? Okay. Denke schon. Okay, dann gehe ich jetzt wieder auf die Mining Facility. Nachdem das ja gerade eben schon so mega gut geklappt hat. So, ich schäune dir nach. So, jetzt haben wir ja hier keine Probleme mehr mit Ebenen. Ja, denke ich auch nicht. So, ich glaube, dann können wir hier auch schon mal ein bisschen abkürzen. Ne, da noch nicht. Aber hier ist der Offline-Bereich schon gemacht. Das heißt, hier kommen wir auch schön durch. Ja, eben. Müssen wir halt einfach ringsherum. Naja. Oh, ne, da sind wieder welche. Oh, ne. Also, die spawnen neu. haben wir nicht überall, oder? Mhm. Autsch. So, äh, wir können oben rum. Geht schneller. Ja, ja, Moment. Da haben wir die Türe ja schon aufgemacht. So, dann ist hier nämlich wieder dieser Raum. Und dann können wir hier wieder nach oben rum. Und da ist zwar wieder ein Gegner. Ne, Ah, hin oben rum. Ja. Genau, das war dieser Bereich hier. Hi. So, und jetzt geht's los. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch einen Schlag auf diesen Typie drauf machen. Ja, da drüben ist er. Okay. Warte kurz. Noch was? Anders. Guck, der Sack hat, okay, wir haben ihn geschafft. Das heißt, wir können ihn noch nicht. Nee, das war da noch nichts. Doch, wir haben sie hier befreit. Echt? Also, es sieht so aus. Hier mache ich den Nächsten an. Und da müssten wir jetzt eigentlich überall, jawoll. Was hast du da? Wieder ein Blueprint, und zwar für einen Mining Hedge. Na, schön, danke. so, was ist ein anderer drin? So, damit müssten wir das Ganze eigentlich geschafft haben, oder? Ich denke es mal. Weiß es nicht. Gibt es da irgendwie was? Äh, wir müssen hier rauchen. Nee, 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 das war es noch nicht. Noch nicht? Nee. Da hinten, Hier waren wir noch nicht. da waren wir. Da ist er noch mal. Aaaaaaah. Autsch. Oh, da sind zwei. Lenk ihn ab. Autsch. Komm gleich runter. Weißt du, komm ich halt hoch. So, erledigt. Aber gutes Teamwork. Mhm. Muss ich schon mal sagen. Oh, oh. Noch einer? ja. Was? Okay, der Totenkopf verspricht schon. Nee, 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 das verspricht noch nichts Gutes. Ich gehe jetzt mal rechts gucken, was hier drüben ist. Mi 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 mi. Ah ja, T tag�� ist ja klo. Das ist ein blauprint für eine Satellitenschüssel. Oh, und ein Argos record Nummer 3. Warte mal kurz. Den lange ich gleich. Schau mal, was ich habe. Auf dem Rücken. Ach, du hast jetzt ein dings wie heißt es hier Flieger oder was? Ein. Autsch. Das ist zum Teleporten, sondern was anderes. Wie heißt das? Leuchtest du mal? Also da kann ich nicht runter. Also ich gehe mal hier. Ja, gehen wir dann vorsichtig weg. Vorsichtig? Ja, ich habe ganz probiert vorsichtig zu springen. Ah, schon wieder. Willst du dich nicht ausruhen noch? Nee, nee. Warte, da fällst du drunter sofort. Ja, geht aber so. Hier ist noch mal einer. Oh scheiße, hier ist ein Boss. Ja, ja, ja. Geht ja, ne? Da, ich glaube, wir müssen... Ne, wir müssen... Ich habe es eingeschaltet. So, hier ist auch noch mal eins zum einschalten. Oh scheiße, nochmal! So, den habe ich auch eingeschaltet und hier unten ist jetzt... Okay, jetzt können wir ihn umhauen. Oh scheiße! Aua! Ja klar, ich bin tot. Probier zum Überleben. Äh, ich probiere den nachzufolgen. Oh, ich höre... Ich höre schon ganz Schlimmes. Ja, wie sie einen halt eben umhauen. Aua! Man kann sich halt nirgends wo richtig schön... Da fehlt ein Schalter. Ja. Echt? Nee, 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 nee. Ja, stimmt. Einer. Oh, was ist denn einer? Siehst du ihn? Arvin! Aua, ich bin tot. Ich komme sofort, wie es geht, so schnell wie es geht. Ja, ich probiere zum Überleben. Ich höre schon. Jups! Ah! Man muss dann immer den... Also, alle Schalter anschalten. Und jetzt machen sie halt eine andere Form. Und was für eine gemeine. Na? Mach du! Da, wir haben einen rausgebefreit. You saved me! Aber der Kampf ist cool. Ein richtiges RPG, ne? Ja. So, hier gibt es ein Buch zum bekommen. Für die Quest. Ach, you is horror. Kriegst du das Auro aus der Küste? Nee. Okay, dann gucke ich mal, dass ich es lerne. Du kannst es mir ja dann... Äh, nee, ich habe es jetzt gerade gelernt. Genau, hier kann ich jetzt die Quest abgeben. Ich probiere es mal. Kann sie auch abgeben. Okay, gib ab. Hab sie. Okay, perfekt. Wir haben es geschafft. Und hier können wir hochporten wieder aufs Schiff, oder? Back to ship, ja. Das nächste, was wir sollen. Okay, das war die Runde bei YouTube. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wir geben dann in der nächsten Runde ab. Es war echt Panik hier gerade noch. Und, ja. Dann danke ich euch vielmals fürs Zuschauen. Und wir sehen uns morgen zur neuen Folge bei Starbound. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao.